In einem fernen Land irgendwo erleben zwei Freunde das größte Abenteuer ihres Lebens. Wenn meine Nase kribbelt, dann heißt das, dass etwas Großartiges passiert. Das ist eine Schatzkarte. Komm, wir finden einen Schatz. Ich bin Jochen. Ich suche Freunde. Ihr nehmt mich echt mit? Das größte Abenteuer ist es, einen Freund zu finden. Tiger! Bär! Jochen! Jochen, mach schnell! Nach dem beruhigen Kinderbuchklassiker von Janosch. Komm, wir finden einen Schatz. Das Erlebnis für die ganze Familie. Das war ein prima tigerbäriges Abenteuer. Genau. Jochen! 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 Jochen!